Ähm, ich glaube ja. Ich hätte jetzt oben oder unten lang können. Guck mal her. Stirb. Zack. So. Na, lass mal eben schnell gucken gehen. Oh, Experte. Da muss ich vorher wieder speichern. Ah. Nein. Ach, komm schon. Ich muss weiter. Da hin. Nein. Das war schon wieder zu weit. Eieiei. Ach, komm. Nein. Ach, da bist du an der fast richtigen Stelle und dann geht's kaputt und dann darfst du wieder alles von vorne absuchen. Ha! Ha, 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 ha. Hebel. Damit öffnet sich diese Türe und ich komme da ran. Sehr schön. Ne, da bin ich jetzt richtig. Jetzt will ich nur mal ganz kurz zurück. Denn es interessiert mich, was denn passiert, wenn ich durch die andere Türe gehe. Muss ja auch irgendwas bringen, ne? Sonst hätte ich da ja nicht das Licht umleiten müssen. Ach so, da geht's eh nicht lang. Ja, okay. Okay. Dann war ich doch richtig. Habe ich mich instinktiv für die richtige Tür entschieden. Sehr schön. Okay. Wilkes, bleibe in der Nähe. Hast du gerade deine Waffe weggesteckt gehabt? Alter, weißt du, worauf wir sind? Mann! Du kannst hier nicht einfach deine Waffe wegstecken? So. Da hoch. Hopp. Galerie. Da ist mir. Das ist beeindruckend. Ja, ne? Da müssen wir lang. Gucken. Ach Gott, da geht's wieder rein. Ach, die Truhe ist auch Experte. Naja. Da ist erst mal wieder die richtige Stelle finden. Was schwierig ist. Ah. Habe es schon gefunden. So, und jetzt muss ich natürlich wieder. Verdammt. Die komplett. Hahaha. Sehr gut. Ja, Level up. Wuhu. Und wenn wir jetzt gerade mal gucken. Ähm. Ausdauer. Ich will gucken. Einhändig, leichte Rüstung, schleichen, Schlossgang, Taschendiebstahl. Das war's, glaube ich. Nachtdieb. Schädige Feinde lautlos, indem du Gift in ihren Taschen platzierst. Das will ich haben. Dafür brauche ich aber erst mal. Shit. Nein. Aber ich weiß momentan sowieso nicht, was ich machen soll. Ach, wir machen das jetzt einfach. Ich bin eh mal für Taschendiebstahl zu haben. Dann klappt, dann passt das doch ganz gut, ne? So. Gegner? Ja, Gegner. Na. Na, komm. Na. Zack. Aua. Danke. Ja, du stehst doch schon wieder im Weg, Mann. So. Hier geht's rein. Da ist aber ein Schlüssel erforderlich. oder eben ähm, das Licht. Okay, das ist einmal. Ähm. Komm her. Na komm. Zack. Zack. Jawohl. Ah, ich werd schon wieder beschossen. Das ist sehr toll. Wo ist denn hier der nächste Gang? Verdammt. Oder wie komm ich da hoch? Alter. Willst du mich verarschen? Wo ist Runa? Ich hab schon wieder das Falsche ausgerüstet. Kurz. Ganz kurz. Komm gleich wieder. So. Machen wir auch ganz schnell weiter. Immer die Unterbrechungen. Ei, 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 ei. Ähm. Da werd ich jetzt nochmal mit meinem Bogen ran. Wird da gerade... Ich liebe Herausforderungen. Will das angegriffen? Irgendwo? Na ja, haut zumindest zu. Wilkes? Wilkes? Hm. Ah. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Doch, hier bin ich richtig. Okay. Hebel. Ziehen. Ach, du bist schon weiter. Wirkes, du bist ein Pfeil. Ganz ehrlich. So. Mal hier gucken. Das ist nochmal eine verwählste Leiche. Schlacht am Rutenberg. So. Nur Vize. Das war easy. So, da ist wieder der Schlüssel erforderlich. Hopp. Na, verdammt. Haha. Nochmal rum. Haha. Blöd. Natürlich, wenn ich dann auf Sprinten drücke. Anstatt drauf hüpfen. Klappt das natürlich nicht. So. Die haben wir ausgeschalten, die Falle. Wilkes, da bleiben. Und hopp. So. Hopp. Hopp. So. Korrumpiernde Schatten. Na. Zack. Hihihi. So, jetzt links oder rechts. Das ist ein Unterschied. Das macht. Ja. Wahrscheinlich, ja. Dann gibt es zumindest nochmal ein... Steinchen zum drücken. Und unten geht die Tür auf. Sehr gut. Haben wir das doch auch schon. Wilkes, du sollst deine Waffe draußen lassen, hab ich gesagt. so wir werden jetzt trotzdem noch mal eben schnell die andere seite hochgehen gucken was da gibt ha 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 gut nichts weiter dann können wir jetzt wieder zurück und unten in die verdammt ich hätte da bleiben sollen wo ich war ah hier nein hier ist doch richtig so da werden wir aber noch mal speichern und dann machen wir uns auf in die katakomben katakomben noch mehr geister schnitzel mhm ok wie die da reingekommen sind würde mich auch mal interessieren so da ist noch eine truhe und ein trank und eine verweste leiche die irgendwie viel gold mit sich tragen diese leichen immer so ich habe das gefühl dass wir bald ärger kriegen ich auch durch rennen verdammt verdammt nein ach scheiße shit objekte zaubertränke heilung nix gnade stirb alter na komm zack jetzt hier nein ok das war doof gut da ist jetzt die frage ob wir es nicht mal mit dem bogen probieren ja jetzt kommen nämlich die da können wir aber diesen kolben benutzen und dann eben schnell die geister zumindest aus dem weg wollen so nächster ich glaube es ist nicht gut da wo du stehst ja ja nämlich genau deswegen natürlich nicht bin ich ja da nein so nochmal speichern schnell dann werden wir versuchen ah shit zaubertränke nja du kleiner mieser drecksack na komm her boah jetzt kommt der von hinten man gut das heißt dann den als erstes nämlich so genau dann speichern und dann nein schlecht also du mit dem dämlichen zack was willst du denn jetzt oh nein ach so ach du bist noch mal ein extra gegner du hast mich vorhin getötet du kleine drecksack es ist vollbracht der schänder ist besiegt nehmt dem erbrecher von seinem sockel das sind lauter verweste leichen mit sehr viel geld gott hat sie viele verweste leichen mit viel geld na gut ich glaube das reicht uns erst mal äh enge dem abbrechen dein besitz ok wir sind schon wieder draußen vielleicht war das eine richtig gute waffe wer weiß hallo mal koran ist vernichtet es regnet die toten von himmelsrand werden weiterhin in frieden ruhen alles ist wie es sein soll dank euch ein neuer tag bricht an und ihr sollt ihn verkünden nehmt den mächtigen dämmerbrecher und vernichtet damit die verderbnis in den dunklen winkeln der welt cool führt ihnen meinem namen auf das mein einfluss wachse ich behalte das shirt aber so nehm ja wir machen so möge das licht der gewissheit eure bemühungen leiten cool uuuu wir fallen schon wieder jaha tadaa ja ich weiß ich trage zu viel sind wir mit dem abbrecher 35 im gegensatz zu ach scheiße ne hehehe wo ist denn jetzt da ne hier 41 ok dämmerbrecher mit dem fangen wir in dem fall nicht viel an wo ist denn wilkes jetzt schon wieder da muss ich wieder ne so gut haben wir das auch ähm wir können wir machen jetzt einfach mal das hier was wir da hä hier hier dann müssen wir da jetzt wieder runter ne oder auch nicht wer weiß wir schauen einfach mal da geht's hoch und da geht's hoch und da und da und da und da ah böse ihr habt euch eine schlechte zeit zum verlaufen ausgesucht wenn dieten raufrollt meinst du komm hau zu alter zack tot next ihr dämlichen bogen schützen ey kommt na na schnitzel ja wir müssen ja dann doch wieder hier rein doch du bist auch noch da wilkes sehr schön sehr schön ralb town da waren wir auch noch nicht glaube ich ne da können wir noch nicht gewesen sein oh na du hast ja das ist keine Waffe in der Hand mein Freund so aber nein wir waren hier noch nicht jetzt da in die Feuerding einfach so ein Ding reinpacken kommen wir da durch? hm so nicht ist da jemand? hallo schnitzel hehehehe da ist auch noch jemand den wir uns gleich schnappen was war das? hey du das reicht wohl nicht oder? ha 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 ist das alles was ihr könnt? ha ha das war gar nichts ha na komm Wilkes du sagst das Richtige ach Wilkes du stehst aber auch wieder am Weg genug wir sind verloren so sieht's aus hast du das jetzt gesagt oder war das Wilkes? egal nö nö dann können wir durch da ist aber wieder Meister für mich natürlich überhaupt kein Problem verdammt ja das Schwierige ist meiner Meinung nach wirklich immer erst den Anfang zu finden wenn man das einmal gefunden hat wie hier dann muss man bloß naja gut das eigentlich ach verdammt beides gleich scheiße nein na verdammt verdammt noch ein Stückchen ach verdammt ok vier Stück noch dann ha jetzt klappt es natürlich sehr schön sehr schön schlossknacken verbessert ja so muss das sein Sehr cool Ja natürlich Ein Helden Einmal Und Zack Mitgenommen Dittrich Gold Gold Schlüssel Und was hast du? Alain Dunov Auch gar nichts So ich hätte jetzt glaube ich auch von der anderen Seite her kommen können Von hier ne? Kann das sein? Ja genau Da wären wir nochmal runter gekommen Andere Seite ist natürlich besser um einiges Da ist jetzt auch wieder ein Tor Das kriege ich so auf Und da ist auch schon das Buch Ne die Tor ist Ach Gott Schatzorg man Dämliche 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 Org Komm schon Na Ich zieh euch Hörst du auf Ich zieh euch mit dem Leib die Haut Und Tor Zack Bastard Hahaha So Da ist doch mein Buch bestimmt drin Prima da Genau Na jetzt hab ich wieder zu viel Bökes Ich bin noch da Was braucht ihr? Ja warte ich zack's dir Ähm Und zwar kriegst du das Du kriegst Das Sehenstein Mehr nicht Okay Ja aber es reicht Zum wieder rennen können Vorerst Ach das ist auch wieder Meister Mann 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 Wer das aufkriegen Weiß ich allerdings nicht Denn So viele Dietriche Hab ich nicht mehr Ah Nein Ach komm schon Nein Das ist meine Idee Kacke noch mal Ha Ne 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 Geld 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 Das nehmen wir mit Und das nehmen wir mit Das will ich auch mitnehmen Und Das nehmen wir auch mal mit Ähm Die Waffe ist gut Den eben Erzkriegshammer Das können wir weg Den können wir weg Ähm Das will ich mal alles behalten Vulkanglasbogen 18 Und das hat 16 Dann werfe ich den weg Und wir den favorisieren Ah ja Und das passt dann schon wieder Sehr gut Ähm Gut Buchhammer Das heißt wir können wieder Theoretisch raus aus dem ganzen Na Zack Ähm Und raus Na ich war hier oben noch nicht Genau das wollte ich noch machen Hier wird zwar nichts mehr sein Ach ne Quatsch Ach Blödsinn von da komm ich doch Gut Dann gehen wir hier lang Ne Da geht's noch lang Genau Da ist nämlich auch wieder Experte Ich weiß ich muss das wahrscheinlich nicht machen Ich hätte auch direkt hier hin können Aber jetzt haben wir die alle aufgemacht Dann machen wir das auch noch auf Moment Okay Ahaha Nerv Ahaha Komm schon Ach man Immer noch nicht weit genug Moment Danke So Genau ich hätte am Anfang direkt durch die Flammen durch können Jetzt hat's mich erwischt Nein Einfach das Tor aufmachen Und dann direkt reinrennen Aber so war es natürlich besser Und wir haben noch viel Schlossknacker Fähigkeiten erworben So Ähm Das werden wir allerdings Noch nicht machen Ähm Doch das machen wir jetzt Aber Vorher mal nochmal kurz Cut Wir sehen uns gleich wieder Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal